Was ist eigentlich ein Haushalt? DHH 2021 Jeden Monat zahle ich unfassbar viel Geld an Steuern. Wo geht das eigentlich hin? Ich kann etwas so ästhetisch ansprechendes so viel Arbeit sein. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein finanzpolitisches Special. Wir sitzen heute im Abgeordnetenhaus im grünen Besprechungsraum und ich wollte euch ein bisschen erklären, wie das mit den Haushaltsberatungen läuft. Wir sind gerade in Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2020-21 und stecken da eigentlich mitten in Beratungen. Wir haben ihn am Donnerstag in der ersten Lesung auch im Plenum. Also das ist morgen. Genau, da steht er auf der Tagesordnung von unserer Plenarsitzung. Und wir haben aber schon die Entwürfe für den Haushaltsplan da. Das seht ihr hinter mir, diese hübschen blauen Bücher. Das ist unser Haushalt oder der Haushaltsentwurf. Und ich wollte ein bisschen eine Übersicht geben, wie läuft das eigentlich? Wie wird so ein Haushalt geschrieben? Was ist eigentlich ein Haushalt? Und was ist da auch mein Job als Abgeordnete? Den zu kontrollieren, beziehungsweise was für Dinge können wir da noch reinschreiben? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich als Abgeordnete, da noch Dinge zu verändern? Und ja, Mittel festzulegen. Und dieser ganze Prozess, der sehr komplex ist, das wollte ich einfach ein bisschen erklären heute. Der Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2020-21, das ist der erste Band. Da steht auch drauf. Da geht es erstmal um eine Übersicht. Wir haben nämlich hier hinter mir ziemlich viele Bände von dem ganzen Ding. Es gibt 29 Einzelpläne, die jeweils zu einem Themenbereich zusammenkommen. Ich werde auch einen gleich mir raussuchen und den ein bisschen vorstellen oder beispielhaft versuchen zu erklären, wie so ein Ding eigentlich aufgebaut ist. Aber das zur Übersicht. Wie gesagt, 29 Einzelpläne gibt es. Für jeden Fachbereich gibt es einen eigenen. Einzelplan 10, das ist der Einzelplan, der für den Bereich Bildung, Jugend und Familie zuständig ist oder der diesen Bereich abdeckt. Da hatten wir auch im letzten Bildungsausschuss die Berichtsaufträge und jede Fraktion stellt Berichtsaufträge zu Haushaltspunkten. Das erkläre ich aber auch gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir uns erstmal angucken, wie ist so ein Einzelplan eigentlich aufgebaut. Der ist natürlich aufgeteilt in verschiedene Kapitel und das Kapitel, was wir uns jetzt angucken wollen, ist das Kapitel 10, im Einzelplan 10. Und dazu muss man sagen, dass die Überschriften auch oft nicht so richtig verraten, was dahinter steckt. Zum Beispiel ist unser Kapitel ist Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens, allgemeinbildende Schulen und Lehrkräftebildung. Und darunter interessieren wir uns jetzt für einen Titel, der die Bezeichnung hat, sonstige Zuschüsse für kulturelle Projekte im Bildungsbereich. Und diese, also es gibt immer hier so eine Tabelle und da steht dann der Titel, darunter findet man dann auch die Sachen. Das ist wichtig, dass man einen Titel hat, damit man immer weiß, wozu welche Mittel zugehörig sind. Das ist auch wichtig für unsere Berichtsaufträge, das erkläre ich auch gleich nochmal. Wichtig ist, dass quasi man sich so ein bisschen durchraten muss, was hinter bestimmten Titeln steckt. Zum Beispiel sonstige Zuschüsse für kulturelle Projekte im Bildungsbereich kann natürlich so alles und nichts heißen. Hier ist es so, dass Teilansätze aufgeschlüsselt sind von der Senatsverwaltung. Beispielsweise haben wir hier den Teilansatz Nummer 4, dass das macht mit Museum für Kinder. Im letzten Bildungsausschuss hatten wir das Thema auch auf der Tagesordnung. Wir haben uns den Bildungshaushalt angeguckt und haben Berichtsaufträge formuliert. Das macht sowohl die Opposition als auch die Regierungskoalition. Es ist ja so, dass wir als Parlament sind für die Legislative und die Verwaltung ist die Exekutive. Und wir sind diejenigen, die das Verwaltungshandeln kontrollieren sollen. Und da spielt es dann keine Rolle, ob wir in der Regierung sitzen oder die Regierung stellen. Wir sind ja nicht selber die Regierung, sondern unsere Senatoren sind die Regierung, die Chefs der Verwaltung. Und dementsprechend stellen wir als Koalition auch viele Berichtsaufträge. Ich habe ja eben den einen Punkt vorgestellt, wo wir uns das macht mit Museum angeguckt haben, als ein Beispiel aus einem Bereich, wo es um die kulturelle Bildung geht. Außerschulische kulturelle Bildung. Und da steht dann zwar irgendwie ein Titel und da steht dann auch ein kleiner Satz dazu. Aber wir wollen manchmal brauchen wir als Abgeordnete auch mehr Informationen zu dem einzelnen Titel. Wann wurde der ausgegeben? Warum? Warum braucht es da jetzt mehr oder so? Und solche Dinge können wir dann abfragen mit den Berichtsaufträgen. Und in ein paar Wochen werden wir die Berichtsaufträge haben. Das wird die Verwaltung jetzt bearbeiten und unsere Fragen, die wir formuliert haben, werden die uns schriftlich dann beantworten. Und auf der Grundlage davon können wir natürlich dann gucken, ob wir irgendwo noch gegensteuern müssen. Weil der Entwurf in der Senatsverwaltung ist quasi der erste Aufschlag. Das ist der Vorschlag der Verwaltung. Wie sie denkt, dass es sinnvoll ist, dass alle Gelder ausgegeben werden können. Und wir als Abgeordnete haben natürlich aber noch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Leute aus der Zivilgesellschaft auf uns zukommen oder wenn auch Projekte und Träger auf uns zukommen und sagen, wir sind nicht ausreichend finanziert oder nicht ausreichend berücksichtigt, wir können unser Projekt nicht weiterführen, dass wir da nochmal ein Auge drauf haben. Jeder nur Einhalteplan. Jeder nur Einhalteplan. Das ist schon mal ein Auge. Das ist schon mal ein Auge. Vielen Dank.